Gisela ist mein Vorbild in Liebesdingen, weil die seit 26 Jahren mit dem Herbert verheiratet. Und ich sag immer, nein, ich lasst meinen Glauben an die Liebe aufrecht. Ich sag, ihr passt so gut zusammen, wenn ich die Daumen zusammentragen hin. Und sie sagt immer, gäh, mich regt alles an ihm auf. Sag ich, wir, sagt alles. Am Anfang findest du bestimmte Sachen süß. Und irgendwann nervt dich alles. Wer er isst, wer er schnauft, wer er schaut, wer er ausschaut, wenn er schaut. Sagt sie, besonders, wie er da von links hinten ausschaut, da kommt der im vorbeigeschorene Betternieren. Sag ich, aber das klingt ja nicht sehr romantisch. Sag ich, warum seid ihr überhaupt noch zusammen? Sagt sie, ich brauch nur für die Reparaturen. Gisela, bin ich eingeschaut und hab ich gesagt, Gisela, du weißt überhaupt nicht, was du für ein Glück hast. Der Herbert is ein ganz lieber Mann, sag ich. Da taten man manche Frauen die Finger bis da. Sagt sie, wo ist denn der lieb, der ist vielleicht zu dir lieb, zu mir ist der schon lang lieber lieb. Ich hab ihn ehrlich so kreuzweg gehabt, bin ich aufgestanden und hab ich gesagt, ah, jetzt glaub ich, hab ich in Hexenschuss. Sagt er, na, die schießen nicht auf die eigenen Leut.